ARD Text im Auftrag von Funk Der Schweinehund in der Schweinefarm Ich geh mir leid da hoch Ducken So 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 Er ist bei uns alter Wir sind da Oder Ja Wir sind da Oder Fetter kommt Lauf Also Mach Gehen Mist Wieso Was Jäger So So Zombie Okay Die war fast tot Reicht ungünstigen Moment ausgesucht Jetzt wo die ganzen Jäger auf dem Weg zu uns sind alter Ich weiß Ich weiß So Ja Was Auf dem Dach ist noch fliegen Schauen Ach das schieß ich ab Ok Noch ein wenig rein Ach den Äthioten Auch noch Ja Ich werde mich auch Hier wo viel ist Medikit wäre aber nicht schlecht. Wo sind die Ratten? Gibt es zweimal, Alter. Oh, ich bin fast im Arsch, Junge. Schau, wo ist. Ich brauch Medipack. Nein, das ist über mir! Nein! Er hat mir zum Glück bloß ein Vieh verpasst. Oh, fuck! Achtung, wo ist sie? Das ist immer schwein. Hier war aber gerade. Da krieg ich ja auch nicht ab, Alter! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Der hat auch nicht abgezogen gekriegt. Was ist da los? Ey, ich treffe ihn jedes Mal! Oh, schon mal der Blutungsschaden. Oh, ich krieg gleich das Kotzen. Oh, ich krieg gleich das Kotzen. Jetzt habe ich den Treffen gekriegt. Du kriegst das Kotzen. Nein, ihn gibt es zweimal, diesen Bastard. Er hat mir eine Seuche auf den Hals gehetzt. Scheiße. Er lacht. Er lacht. Aber nicht mehr lange. Ich muss nachlassen. I don't. Alter, jetzt ist er beim Arsch. So, jetzt heißt es aufpassen. Scheiße. Ich glaube, ich habe schon sämtliche Munitionskisten genommen. So, warum machen wir uns hin? Scheiße. So, duck dich. Nicht, dass er unten eher hochschießt. Keine Bock. Okay, wo gehen wir hin? Achso, hier war eine Treppe. Urlaubplatz. Ja, okay. Jetzt mal ziehen wir die Markierung. Zu God-Addox. Dann gehe ich mich in die Richtung. Richtung 270. Was? Prozent 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 hat mir die kuh noch blutungsschaden verpasst da wollte mir noch das feuer an dem popo stecken 170 was ich gesagt habe 270 von uns ist es schreit für über 30 Sekunden Der Feuertyp, Manu. Hast du Boxhandschuhe oder sowas? Nein! Oh, Alter. Die verkackte Fliege-Schlampe, Alter. Frische Info, rauf. Oh, irgendwo Fliege-Schlampe. Ja, lauf, lauf einfach. Da ist Munition, rechts. Relativ voll. Okay, ich nicht. Hinter dir! Links ist wohl ein Feuertyp. Alter. Der fehlt noch in der Sammlung. Alter, nein! Ich kratze gleich ab. Ich brauche unbedingt Medikit. Oh, nein. Ich fliege mich selber zusammen. Oh, das sind schon wieder Köter, Junge. Ich gucke mal hier rein, ob es hier ein Medikit gibt. Mann, das wird doch wohl hier ein verschissenes Medikit geben. Boah, fuck, bin ich gestirbt, ey. Mach keinen Mist. Alter, ich bin doch gleich im Arsch. Nein! Alter, halt dich! Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt... Ich fass es nicht, Alter. Ich könnte kotzen. Ich kotzen, Strahl. Das gibt es doch irgendwie wie schwerer Korrekturständen. Alter. Wir sind nicht ewig so gut, ich bin gleich auf dem Video da, aber. Ja. Da war aber alles. Dieser Feuertyp, diese Drecksköter, dann diese dummen Schweine, die dich auch nochmal anbrennen. Und die anderen, die da Blutungsschaden verpassen, aber. Das sind aber alle da. Ach, das kann doch nicht sein, Junge. Boah, ey. Ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal.